So, hallo. So, nächste Runde Fortnite. Ja, wir legen einfach los, würde ich sagen. Wir haben eigentlich nicht viel Spezielles zu tun. Ihr dürft jetzt einen neuen Auftrag geben. Ja, springe am Strand auf Sonnenschirbel. Okay. Machen wir. Machen wir. Ja, machen wir doch direkt, war. Oh, der da ist allerdings jetzt der da. Ja, der darf das, äh, das ist nicht so gut. Aber ich denke mal, kann ich auf dem gleichen Schirm dann einfach immer wieder springen? Oder was ist, was ist die Mission dahinter? Ist das unter mir ein Sonnenschirm? Das dürfte ein Sonnenschirm sein, ne? Muss jetzt einfach, muss ich auf fünf verschiedene Sonnenschirme oder muss ich einfach auf den Sonnenschirm? Eins. Das war, okay. Mensch, das war jetzt aber richtig schwierig. Puh. Puh. Ah ja, bin ich jetzt aber böse überfordert von dieser Mission. So, okay, ähm. Will da jemand jetzt schon was von mir wissen? Ne, ne? Denke nicht. Okay, wir gehen mal da hoch. Oh, da ist nur so ein Ding. Aber ich dachte, hier ist jetzt ewig so die Pistenparty, aber da ist ja gar nichts mehr. Okay, ein bisschen Waffen sind noch hier. Das hat sich ja hier komplett ins Irrelevante gewandelt. Okay. Ähm, ja, ne? Das ist die... Wieso habe ich die Waffe da eigentlich nicht mitgenommen? Wollen wir kämpfen? Dann war das schlecht von mir, aber ist egal. Eigentlich wollte ich jetzt nicht unbedingt gegen die kämpfen, aber naja. Jetzt ist passiert. Ne? Jetzt ist passiert. Und ich muss ja eh Kills sammeln. Also nehme ich auch solche Kills mit. So. Ja, ähm, missionstechnisch. Hier ist alles erledigt. Das heißt, es bleibt eigentlich nur hier halt. Ne? Stürmphase überleben. Läuft automatisch durch. Leute killen, muss ich halt aktiv machen. Wöchentlich. Ach ja, die Boogie-Bomben hätten wir noch. Ach, und die Angelwaffe. Ja, okay, das mit dem Angeln könnten wir mal noch. Noch hinbekommen. Ähm, was wäre täglich gerade? Eine Vorratslieferung. Okay. Barren an Tankstellen ausgeben, werde ich nicht machen. Länger als die Gegner leben. Ja, gut. Läuft dann auch automatisch. Also so ein paar tägliche Missionen werden automatisch durchlaufen. Andere vielleicht nicht. Okay. So. Geht ja auch nur darum, wenn ich halt davon Missionen mache, werde ich halt umso schneller. Ähm, weißt du schon. Ich möchte eigentlich... Was ist denn jetzt da drücken? Was ist denn jetzt los? Meins sieht cool aus, aber ist jetzt nicht so, dass ich... Zeit dafür habe, mir das anzugucken. Wo müssen wir eigentlich hin? Okay, so weit ist es nicht. Kriegen wir hin. Gut, ähm, ja. Aber die Schüsse sind ziemlich in der Nähe, ne? Vielleicht können wir uns da mal... Mal reinklinken. So ein bisschen vorsichtigerweise. Und ein paar Kills abstauben. Oh! Oh! Das war zwei von drei. Wenn wir noch eine finden, wäre das cool. Oh! Nice! Okay. Ist die gleiche, ne? Ja, das ist die gleiche. Okay, passt. Ähm. So. Oh, ne, jetzt nur noch einen Schuss habe ich da nur noch. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Dann lieber so. Und da ist mein zweiter Trank. Sehr gut. Den ersten habe ich noch gar nicht zu mir nehmen können, ne? Ja, der war hier. Ja, nehmen wir den doch jetzt gleich mal zu uns. Oh, habe ich mit der Person hier schon mal gesprochen? Da ist eine Sprechblase. Können wir gleich mal kontrollieren. Ob ich da noch jemanden zum Sprechen hätte? Ob ich da noch jemanden zum Sprechen übrig hätte? Das wäre ja was. Habe ich mit dir schon gesprochen? Lieber Johnny, sie der Erste. Wir werden sehen. Nein, habe ich noch nicht. Sehr gut. Aber jetzt habe ich das. Prima. So. Okay. Darum sind noch so Bandages. Machen wir jetzt erstmal nicht. Wobei... Ich glaube, es wäre fast sogar mal schlauer, mal anzufangen, auch mehr solche Support-Sachen mitzunehmen. Weil ich doch häufiger ganz viele Waffen dabei habe, die mir am Ende nichts bringen, weil ich dann halt sterbe. Also vielleicht schlauer, wirklich auch Bandages mitzunehmen. Ich meine, die gibt es jetzt auch nicht grundlos, ne? Oh, Mist. Ich habe da ein bisschen was verpeilt. Weil jetzt zum Beispiel, wenn ich Bandages dabei hätte, könnte ich mich auch gleich wieder heilen. Nein, rutsch doch raus. Oh Gott. Es ist noch so weit. Üh. Oh, Mist. Ja, und so wird es nämlich nichts mit dem Heilen. Scheiße. Ähm. Hat er ein Tier irgendwo auf die Schnelle? Nee. Ah. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt wieder mal blöd. Ich meine, wir werden in die Zone reinkommen, so ist es nicht. Aber es ist jetzt doch nicht gerade... ...der beste Ablauf dafür. Scheiße. So. Ja, und da sind wir jetzt in der Zone. Mit kaum Energie. Hätte ich jetzt mal die Bandages mitgenommen, ne? Ach, dumm. Echt. Echt blöd. Das war echt blöd. Hätte ich die mal mitgenommen. Na gut. So, wo müssen wir denn dann als nächstes hin? Oh, oh, weia. Also eineinhalb Minuten. Nicht viel Zeit. Nicht wirklich viel Zeit, um da hinzukommen. Puh. Puh. Scheiße. Ja, komm. Da nehm ich lieber noch nen Kill mit. Dann nehm ich lieber noch nen Kill mit. Aber Energie hättet ihr jetzt auch keine dabei, ne? Ne, schade. Wobei, kann ich das essen? Ja, ist ein bisschen Energie. Okay. Nein. Es hat gerade einer ins Wasser gesprungen. Ne, oder? Ich dachte, da war gerade einer. Ich bin mir vielleicht eingebildet. Okay, wir brauchen auf... Auf ganz schnell brauchen wir irgendein Auto oder irgendwas. Aber hier kommen jetzt, glaube ich, ein paar Autos. Die man normalerweise rein könnte. Ja. Wenn man nicht gleich Knallhart unter Beschuss steht. Sind das alles... Das sind alle so, okay. Oh, hier seh ich was. Oh, sie kommt schon, die Zone. Schnell. Okay. Und weg. Okay. Ja, wir kommen hier raus. Das ist doch schon mal was. Was wächst an dem Baum zufällig? Ah, wir können uns Energie holen. Wir können uns Energie aufschneiden holen. Sehr schön. Und so ein Stück voll. Sehr, sehr, sehr gut. Verlegt nur gerade, aber nee. Was leuchtet denn da so? Ach, das ist so'n so'n... Ah ja, versteh schon. So'n Ding. Nee, das da unten ist kein Gegner. Das ist die Wache, die ich jedes Mal als Gegner verwechsel. Ich hab noch gar nicht geguckt, ob überhaupt mein Mikrofon ausschlägt. Lass mich das mal ganz kurz gucken. Okay, mein Mikrofon schlägt aus. Wär jetzt ein bisschen spät, aber ich mein... Ist jetzt bei Fortnite nicht das größte Drama, wenn mal was schief geht, ne? Okay. Zonentechnisch bleiben wir hier. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Machen wir es doch mal ein bisschen uns hier gemütlich. Ähm. Da oben, wa? Oh. Wichtig. Okay, ne? Da wär jetzt wieder der Moment, wo ich... ... dann doch vielleicht mal so'n paar Verbände mitnehme. Ist vielleicht nicht verkehrt. Ist vielleicht wirklich nicht verkehrt. Ach, das ist die gleiche Waffe, ne? Ups. Das check ich jetzt erst wieder. Ah, das ist ne blaue DMR. Ich trottel. Dann machen wir das so. Okay, wo wird denn da geschossen? Oh, da vorne ist... ... brennt's ordentlich. Ah, dann ist die unter mir. Ah, hier ist die. Okay, 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 okay. Boogie! Für Mission, nehmen wir mit. Boogie für die Mission, nehmen wir mit. ... du bist ein Tier. Da drüben scheint's abzugehen. ... jetzt. Boah, der hat aber nicht schlecht geschossen. Ich weiß leider nicht, wo der herkam. Wo kam denn da jetzt einer her? Da oben. So leer erklärt man das. Das probieren wir mal folgendes. Genau, da hat nämlich noch ne bessere DMR. ... das war die Hoffnung. Dann ersetzen wir den Kollegen. So, okay. Sehr schön. Da kommt einer. Da unten wird geschossen. Shit, wer, wer, wer und wo? Shit. Wer und wo? Fuck. Okay. Es war klar, dass der gleich erwischt wird, wahrscheinlich. ... da unten ist die Krone. Cool. Schade. Okay. Dachte ich, vielleicht bringt's was, dir zum Tanzen zu bringen, aber das hat jetzt nicht so viel gebracht. Okay. Hat sie dir überhaupt gezählt, als bring jemanden zum Tanzen? Ne, scheinbar nicht. Schade. Na gut. Ah, schade. Hätte ich mir noch hier ordentlich was holen können. Naja. Nächste Runde. So. Weiter geht's. Kein spezielles Ziel. Möglichst viele mitnehmen. Und ja. Allerdings mit den Boogie Bomben hab ich nicht verstanden. Ring im Gegner mit Boogie Bomben hab ich vielleicht nicht richtig getroffen. Hab ich vielleicht nicht richtig getroffen. Achso, und die Angelgeschichte hätten wir noch. Genau. Dann probieren wir das mit dem Angeln doch gleich wieder. Dann können wir hier unten wieder starten. Dann kriegen wir wieder unsere Profi-Angel. Läuft. Würde ich sagen. Fangen wir damit mal wieder an. Hier ist ja nur so eine kleine Geschichte nebenbei. Nichts Dramatisches. Oh, hier sind aber einige. Ich hoffe, die wollen nicht alle hier zu dem Haus. Oje. Fünf. Fünf, die sich hier in der Ecke gleich verteilen. Das weiß ich nicht so gut. Egal. Erstmal Waffe. Oh, das ist schon mal ein grundsätzlich guter Start. Wenn's nicht völlig... Oh, ich hab das Trinken abgebrochen. Aber ja, das ist grundsätzlich schon mal ein nicht so schlechter Start. Ja, und klar. Soll ich, dass da fünf waren? Ist das Becamp jetzt erstmal... ...da. Ich kann mich jetzt nicht... Ich hab mich jetzt nicht aufs Angeln konntet. Nee, also... Angeln muss, glaub ich, erstmal warten. Mein... ...Dings technisch sind wir eh im richtigen Gebiet. Also ich kann mich jetzt auch erstmal hier ein bisschen umgucken und schauen, dass ich meine Ruhe hier hab. Ach, weil hier ein... ...ganes... ...ganze Stadt ist. Uh, da wär einer gewesen. Ah, er haut doch nicht ab. Okay, aber dann... ...dann ist doch eigentlich hier ganz chillig. Dann ist es doch hier eigentlich ganz chillig. Aber nur normale Angeln, okay. Aber vielleicht hab ich da ja die Chance, dass... ...auch was rauskommt, was... ...ääh... ...dingens ist. Was, ähm... Ach, sag schnell. Was ne Waffe ist. Wo da vorne ist jedenfalls ne Fläche zum Angeln. Das ist keine... Ah, neue Fischart. Okay, cool. Oh, das sind alles, glaub ich, nur... Ja. Die sind für die Kondition... Ah, jetzt ist es weg. Ah, das ist immer so schnell weg alles. Ist schlecht. Oder war es überhaupt ne neue Fischart? Ich weiß es gar nicht. Revolver ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Hier ist noch so ein Ding. Ich frage es nur, wie lang ist man hier safe? Der machte wieder irgendwie so ein Schild um mich rum, oder was? Das ist, das hab ich bis jetzt nicht verstanden. Doppelsprung zum Aktivieren des Nullpunktsprints, was? Oh, what? Oh. Oh, okay. Da hat man dann... Aha, das macht der. Jetzt hab ich's verstanden. Das kannte ich noch gar nicht. Interessant. Oh mein Gott. Was hast du denn hübsches für mich? Reischussschrutt hinterher damit. Nice. Oh. Da war noch was. So. Oh, der ist... Das ist ein Schildfisch. Das ist ein Schildfisch. Sehr schön. Aber ich hab bisher keine Waffe gezogen, ne? Das ist auch keine Waffe. Aber ich glaub, das bedeutet auch gar nicht, dass man einen neuen Fisch gefangen hat. Ich glaub, das ist einfach nur... Ja, ich hab mich da vertan. So. Okay. Zonentechnisch ist alles gut hier, ne? Ja. So. Jetzt ist aber die große Frage. Ich probier noch mal... Ah, ne. Wo ist meine Angeln? Ach, ich hab's denn noch. Ich probier jetzt mal einfach zu angeln, ohne dass da so ein Ding ist. Vielleicht kommen dann Waffen raus. Oder kann man dann gar nicht angeln, wenn da nichts ist? Ach so. Wenn ich in so einem Fischding gehe, kommen wahrscheinlich sowieso nur Fische raus. Jetzt ergibt das alles viel mehr Sinn. Aber bisher zieh ich hier keine Waffen. Auch keine Waffe. Ah, aber Fische kann man auch so... Okay, man kann auch so angeln. Jetzt... Okay, ich dachte, man muss bei solchen... Ah, man muss bei solchen Plätzen angeln. Muss man gar nicht. Bist du ein Gegner? Nee, du bist so ein Bot, ne? Okay. Wär zu komisch geguckt. Mann! Gib mir ne Waffe! Also will ich mit ner Dose? Wo? Scheiße! Ja, warte, ich komm schon hoch. Keine Sorge. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Uh, shit! Ähm... Ähm... Okay. Das war's vielleicht nicht so gesund. Aber okay. Na? Vorsichtig wieder einmischen. Ich bin so schlecht. Ach man, leck mich doch am Arsch mit dieser Fernschuss-Geschichte. Mein Kill. Mein Kill. Okay. Zonentechnisch... Oh. Müssen wir uns bewegen. Scheiße. Okay, lass mich nochmal kurz hier... Einen Schluck nehmen. Und dann hauen wir ab. Da vorne ist eh die Stadt, da kann ich wegfahren. Passt. Passt. Noch schön zwei Kills mitgenommen. Ist doch in Ordnung. So. Ach nee, das wird... Nee doch, zieht sich schon weiter zusammen, ne? Naja, zieht sich schon weiter zusammen. Ist schon gut. Okay. Wenn ihr euch wundert, dass man immer so komisch fährt, in dem Moment, wo man wohin guckt, fährt man auch in die Richtung. So. Das ist ein bisschen blöd, weil ich will eigentlich manchmal nur gucken und dann nicht da hinfahren, aber dann fährt man automatisch da hin. Lässt sich bestimmt abstellen, aber... Ich weiß jetzt nicht spontan, wie. Da oben sind einige Sachen. Ist da zufällig ein großer Schildtrank dabei? Dann würde ich mir den noch zu Gemüte führen. Nee. Leider nein. Okay. Okay. Oh. So. Hier muss mir die Zone. Hier sind wir sicher. Ist da oben jemand? Nein. Hier war noch keiner. Dann sind wir jetzt da. Haben wir schon. Hier wäre sowieso nochmal dann ein Auto. Okay. Wo sind die Schüsse? Da ist einer. Okay. 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 Jetzt ist der natürlich weg. Nee. Ah, das ist er nicht. Irgendwo da drüben. Da drüben. Aber das sind die ganzen Bäume im Weg. Da. Da. Da steht aber jemand relativ still. Da steht aber jemand relativ still. Da drüben. Da drüben. Dann rennt er da runter. Oh, der hat ihn erledigt. Scheinbar. Nice. Schön vorgeschwächt. Und jetzt noch mit der... Oh, das war knapp, verdammt. Wie viel die noch abziehen können immer. Eieieieiei. Gefährlich. Richtig gefährlich immer. Männchen. Männchen, Skinner. So. Okay. Erst schon Schrotflint. Wir haben schon hier dieses Ding. Oh, hier ist so viel Stuff. Ich kann mich überhaupt nicht... Ich kann mich überhaupt nicht klar auf mein Leben. Oh, shit. Ähm, ja. Tschüss. Tschüss, ganzer Stuff. Keine Zeit für dich, leider. Da drüben ist einer. Gewesen. Oh, shit. Okay. Schlechte Idee. Ja, so funktioniert das mit den Boogiebomb, nämlich. Mist. Dann ist man nämlich relativ schnell, äh... Relativ ungünstig dabei. Okay. So schnell kann es gehen. Gut, aber wir haben einiges an Dings mitgenommen. Und wir haben nochmal besser gelernt, wie das mit dem Angeln funktioniert. Jojo. So. Dann kommen halt hier auch dann wahrscheinlich 35 Gegner, die man killen muss, ne? So, und dann kommt wahrscheinlich noch 40. Also werden es noch über... über 80 sein oder so. Keine Ahnung. Puh. Wie hat der jetzt dem Hund... Der hat dem Hund irgendwie sagen können, dass er den angreifen soll, oder? Kann es sein? Und er greift den einfach an, weil er den halt angegriffen hat. Wahrscheinlich. Ja, lol. Ähm. Okay. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Der wird wahrscheinlich jetzt auch noch... Ah, ne, jetzt greift er und auch ihn an. Also, ne, der... Das war dann nur Zufall. Ich verstehe. Ja, gut. Ich würde hier aber abschließen. Noch ne Runde muss jetzt nicht sein. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. gut. G